Nein, dezidiert nicht. Es sind nicht alle Implantate gleich. Ich darf und kann keine Implantatfirmen empfehlen, möchte es auch nicht tun. Aber ich sage den Patienten immer, es gibt in Wirklichkeit nur zwei Fragen, die man als Patient den Arzt fragen muss oder sich selber fragen muss. Erstens die Erfahrung und der Ausbildungsstand des Implantologen und zweitens das verwendete Material. Es gibt im Moment über 2000, man wird es gar nicht glauben, über 2000 verschiedene Implantathersteller, die Implantate unterschiedlichster Qualität produzieren. Manche sind Kopien, manche sind besser, manche sind weniger ideal. Hier ist es wichtig, dem eigenen Arzt, dem Spezialisten zu vertrauen, dass er das beste Produkt verwendet. Und ich habe da eine ganz, ganz klare Richtlinie für mich. Ich würde niemals einem Patienten ein Implantat, ein Produkt einsetzen, das ich nicht mir, meiner Mutter, meiner Frau selber einsetzen lassen würde. Und das ist eine sehr hohe Latte, aber dazu stehe ich.